Guten Morgen, Ute und ich sind gerade unterwegs zu I Love Sky. Wir haben Corin mit einem ziemlich schweren Herzen verlassen, weil es da wirklich so wunderschön ist. Man fühlt sich total zu Hause und die beiden Hosts dort sind so nett. Und die beiden Katzen auch, mit denen haben wir uns auch angefreundet. Olaf, wie der Schneemann, und Jasper, total süß. Das dort hinten, Moment, Finger suchen. Hallo Kamera, wo bist du? Da bist du. Das da. Ist Ben Nevis. Das ist der höchste Berg von Großbritannien, auch wenn er von hier aus überhaupt nicht so aussieht. Keine Ahnung, das muss irgendwie eine optische Täuschung sein, aber ist auf jeden Fall der höchste Berg von England, Schottland, Wales, ganz Großbritannien. Und jetzt geht's auf den Sky. Ich hab zum ersten Mal keine Jacke an, weil es so schön warm ist. Der Wind hat abgeflaut, die Sonne scheint. Es ist einfach nur traumhaft. Ciao!